Und damit herzlich willkommen zurück zu Commodore Conquer Tiberium Wars in der N.O.T. Kampagne. Heute ist dran die Andrews Air Force Base. Okay, das ist ein wichtiges Ziel, Commander. Andrews ist die letzte Luftwaffenbasis dort. Wenn wir sie ausschalten, sind sie nicht mehr in der Lage zurückzuschlagen. Oh, ich liebe dieses Wort, ausschalten. Jedenfalls, infiltrieren sie die Basis mit den Shadows. Sorgen sie für eine Überraschung. Bevor die wissen, was los ist, sind sie wie der NBC. Zerstören sie die Andrews Air Force Base, um den Start von Flucheinheiten zu verändern. Ich hasse Flucheinheiten. Schwer. Unsere örtliche Kommandozelle hat einen koordinierten Angriff auf alle GDI Luftwaffenbasen in der Region angeordnet. Ihr Ziel ist es, die Andrews Air Force Base in Washington, D.C. Sie befehligen eine Armee unweiter Zufahrt in die Basis. Schalten sie alle GDI-Truppen in der Umgebung aus, errichten seinen Vorbast und dringen sie in die Basis selbst ein. Zerstören sie dort die Landeplattform der feindlichen Orca-Bomber. Solange sie sich in der Basis aufhalten, kann die GDI keine Truppen ausfliegen. Jo. Das ist... Oh Gott. Feindliche Einheiten. Da bin ich einhalten. Die GDI kontrolliert zwei Landeplattformen im Norden der Basis. Ihre Zerstörung bedeutet das Ende für diese Luftwaffenbasis. Wird schon schief gehen, ne? So. Darüber! Geheimdienstdaten aktualisieren. Erstmal... ...Antrie. Die GDI hat in der Nähe einen kleinen Vorposten. Vernichten sie ihn und mögliche Patrouillen, damit wir einen Schützturm errichten können. Einverstanden. Was soll ich jetzt Sir sagen? Obwohl das ist nur eine Ansagestimme. Los geht's! So. Angriff! Bin unterwegs! Ich hänge sie alle ab! Mit sie nieder! Einhalt wird angebissen. Vorwärts! Los! Oh Gott. Der Zugang zur Luftwaffenbasis ist gut gesichert. Stören Sie die Energiezufuhr auf der Klippe, um die Defensivsysteme zu deaktivieren. Nutzen Sie dazu die Gleitenfähigkeit der Shadow. Hey! Commander, Verstärkung ist unverwicht! Die Shadows zu Ihrer Unterstützung sind eingetroffen. Ich werde insoweit! Shadows zu meiner Unterstützung. Wo? Ach da! Die Schwingen von Mott. Ich bitte beide auswählen. Hallo. Die Shadows können diese Defensivstellungen aus der Luft zerstören. Das ist eine neue Lösung. Dazu muss ich nur hier dran vorbei. Die Frage, was nehme ich? Hm. Na, aber noch zwei Redderbuckys. Ich habe zwei Redderbuckys verloren. Und ihr landet mal bitte. Landet dort. Das ist am unwahrscheinlich, dass euch irgendjemand sieht. So. Sprengladungen. Zerstören. Super. Und ihr werdet zerstört. So. Gehen wir noch ein bisschen rum. Noch mehr Infanterie. Wenn ich Geld. Für die Abwehr dieser Luftangriffe brauchen wir Bazooka-Kampf-Tropen. Sie blockieren die Strafe. Die Transporter wollen zu unserem Stürzpunkt. Lautlos. Geld, Geld, Geld. Okay. Machen wir nochmal fünf. Machen wir nochmal fünf von denen. So. Und ihr... Oh, da kommt ihr nicht ran. Okay. Ich weiß nicht, wofür die... Der da ist, aber... Vorsichtig. Du gehst mal zurück. Und... Ihr geht ein bisschen zur Seite. Ihr könnt das dir erledigen und ihr könnt dir erledigen. Und dann erledigt ihr das. Und ihr geht da rein. Und die können... Auf den erzielen. Zwei? Oh, das kommt vier raus. Okay. Anscheinend haben nicht alle Sichtkontakt. Was? Los, los! Oh, okay. Naja, das ist doch schlimm. Jetzt, jetzt! Ich werde dann soweit. Ich frage mich immer noch, wozu der ist. Oi. Wahrscheinlich wird der wieder gefokust. So wie es immer ist. Wie gefällt euch das? Darüber! Ah. Los geht's! Hier, Raider! Da ist er. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Gibt's noch einen zweiten? Okay. Ich gehe mal hier hin. Und er geht. Kommande, halten Sie bloß den Stützpunkt. Wenn Sie den Kontrollturm der GDI zerstören, fallen Ihre Orcas und Transporte aus. Einheit wird angegriffen. Empfange Nachricht. Die GDI koordiniert Ihre Luftangriffe über diesen Kontrollturm. Zerstören Sie ihn, um die Luftwaffe der GDI auszuschalten. Werde ich machen, wenn ich das schnell schaffe. Lass mich als nächstes an. Uh. Wo gehst du da rein? Wo sind die Feinde? Wo sind die andere? Da. So. Ne. Nein. Ihr nehmt. Danke. So, jetzt kriege ich die ganze Zeit auch noch Geld. Das ist gut. So, ihr da rein. Und ihr könnt das da zerstören. Und bitte die Renadierer. Die sind sehr gefährlich. Und du kannst das angreifen. Ich schon unterwegs. Wie weit ihr reich schießen könnt, ne? Fiumfiumfiumfiumfium. Super. Notmods sind in Sichtweite. Uh, Notmods. Oh. Ich hab nicht so viel Geld. Woher? Notmods sind jetzt bereit für Produktion. Okay. Notmods. Mit sie nieder. Notmods. Notmods ist bereit. Kennt verdurchladen. Ich muss die alle aggressiv stellen. Das ist so nervig, dass die... Ach. Notmods ist bereit. Nicht von selbst angreifen. So mag ich das. Och, och. Das ist schnell zerstört. Auf in den Kampf. Ja, aber Raketenwerfer sind immer noch gefährlich. Los geht's. So. Gibt es hier noch irgendwas hier? Angriff. Attacke. Ja. Ja. Wir haben die Racken. Okay. Auf in den Kampf. Eieiei. Ach, da können die rein. Keine Gefangenheit. Äh. Haut ab. Notmods ist bereit. Ha ha ha. So. Los. Wir haben die Raketen. Pff. Das war nicht das Schlau von euch. Angriff. Notmods ist bereit. Wir haben die Raketen. So. Los geht's. Macht sie platt. Die da. Ha? Ja. Notmods ist bereit. Ach so. Das stimmt. Ja. Mauen greifen die da noch ran. Greift sie an. Deswegen. Ja. Wusste wegen irgendwas. Das bleiben wir stehen. So. Erstmal Verteidigungs. Dass die nicht, äh, die Dingsbums angreifen. Die Mauern. Weil das ist ein bisschen nervig. So. Bitte erstmal die Grenadierer. Die sind am gefährlichsten. Immer an am meisten schauen. Dankeschön. Gehen wir auf die Arte. Kopftruppe. Hm. Zum Angriff. Liebe da bitte. Danke. Dankeschön. Einhals wird einhören. Und dann. Diesen scheiß Turm. Oder beide Türme. Und der da. Feindliche Einheit in Sicht. Ja. So. Jetzt kommt der. Einhalsmove. Ist egal. Wird alles zerstört. Ist nicht so schwer. Ja. Statt dass wir die anzugreifen. Die euch angreifen. Nein. Ignorieren. Okay. Ja. Alles klar. Lass sie. Was für leiden. Lass sie nicht entkommen. Lass sie nicht entkommen. Ich mag noch nords. Ich kann euch nichts mehr retten. So ein kleines Männchen. Die auf so einen riesen Moped. Moped. Genau. Oh. Definitiv erstmal. Hier da. Und gleich. Und Tote Sache. So. Geht auch relativ schnell. Einhals wird angegriffen. Okay. Gleich haben wir's Bruder. Ja. Gleich haben wir's Bruder. Und das bevor wir los müssen. Gehen wir auf die Arzt. Ach. Raketenbetriebene Granaten. Warte mal. Die ganzen Geheimdienseinträge vorlesen. Gehen wir auf die Arzt. In der Part kommt habe ich eh alle vorgelesen. So kommt noch ein Part. Das ist unser Kampf schon Part. Für mich noch nicht. Aber für euch schon. So. Erstmal das da. Das ist gefährlicher. Für die Infanterietruppen. Und. Zerstört. Und dann könnt ihr das zerstören. Oh. Das da vielleicht erstmal. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Und der da. Weiß ich nicht warum die an allem vorbeigelaufen sind. Okay. Und das bitte. Die Guardian Kanone. Schützer Kanone. Was? Hallo? Diese Gegner mitten drinnen und ihr kreift hier nicht an? Wow. Oh, das war's. Gut. Mission 113. Schockpunkt ist bereit. Da ist die Ausschrott. Die Air Force Base. Da bau irgendwie noch anders aus. Wie man Jetschi, der gekämpft hat. Die AFB. Hm. Geschafft. Geschafft. Und geschafft. Super. Dann würde ich sagen, das war's für die Folge. 11 Minuten. Hm. Ich gucke mal, wie lange die Mission geht. Ansonsten kommt... Äh. Dementsprechend entscheide ich, ob heute eine... ...Mission kommt oder zwei. So. Welche sehen wir uns heute? Vielleicht sehen wir uns auch nicht. Dann sehen wir uns definitiv morgen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich gucke mal, wie lange die Mission gehen 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 gehen